Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und es hat schon gesagt, wieso habe ich kein Video gemacht, letzte Woche, es hat einfach einen Grund gehabt, ich habe letzte Woche, also ihr fragt mal, wieso habe ich kein Video gemacht beim letzten Wochenende, da habe ich mir einfach überlegt, ich mache mal letzten Wochenende mal eine Videopause und darum habe ich letzte Woche eine Videopause gemacht, aber jetzt kommen wieder mal Videos, also heute kommt ein Video, Samstag kommt ein Video und am Sonntag, also drei Tage kommt ein Video, also nicht drei Videos, also wo jedem einen Wochenende, zum Beispiel heute kommt ein Video und morgen kommt ein Video und am Sonntag kommt auch ein neues Video, wo Leute, das ist bestimmte, ja, morgen könnte etwas passieren, das habe ich möchte sagen, diesem Video, also heute, also diesen Wochenende gibt es wieder mal ein Videos und ihr könnt mir, also da, wo ihr noch nicht gemacht habt, ihr könnt mir gerne auf YouTube abonnieren, wenn ihr noch nicht gemacht habt, wenn ihr noch nicht gemacht habt, wenn ihr noch nicht gemacht habt, macht ihr jetzt das mir YouTube abonnieren, verpasst nicht die Glocke aktivieren, dann erfährt ihr immer neue Benachrichtigungen, wenn ihr mir diesen Abonnieren, also wenn ihr mir diesen Kanal abonniert, dann verpasst ihr noch nie meinen YouTube Kanal und ja, ihr könnt gerne die Glocke aktivieren, dann erfährt ihr immer neue Benachrichtigungen, dann erfährt ihr immer neue Videos, vielleicht mal Wochenende mal kein Video, aber es ist halt so, weil, ja Leute, vielleicht habe ich auch keine Zeit zu Wochenende Videos machen oder vielleicht schon, aber Leute, ich mache es wieder verbessern, ich mache es wieder gut, jetzt kommen wieder Videos, diesen Wochenende und ja, ich mache es für euch gut, lasst ein Like da und lasst ein Like da, um 30 Abonnenten, also um 30, um 30 Aufrufe kommt dann noch ein neues Video, ich weiß nicht, ob mal, also ich weiß nicht, Fußball Challenge oder Essen Challenge oder FIFA Games, vielleicht kommen mal wieder FIFA 20 Videos oder vielleicht FIFA 21 Videos, Leute, das könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben auf YouTube und ich werde etwas sagen, das war es mit diesem Video, hoffentlich hat es so, das wird gefallen und gespannt gefunden, also gespannt gefunden, die von euch das Video gesehen hat und ich werde mir sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend, mach's gut und heute ist es auf Takt, Spiel um den, also um den dritten Bundesliga ist heute den ersten Spiel um die dritten Bundesliga und Leute, ihr könnt ihr natürlich auch sehen, morgen kommt ein neues Video und morgen kommt ein neues Video um Paris gegen Olympique Marseille, was da passiert ist in diesem Spiel, weil da muss man noch ein, da muss man, also Paris muss man noch viel diskutieren, bei morgen, bei morgen kommt ein neues Video, kommt morgen, morgen kommt Paris, also morgen kommt Paris gegen Olympique Marseille, was da passiert ist in die rote Karte und was passiert, was, 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 äh, was ist da passiert in Niederlage und ja, Liken nicht vergessen und tschüss.